Prrrrrriririiit meine Glibieren und Gaukielausies und herzlich willkommen zum TOGETHER von EXARD... äh, Gauk, oder... Ach, keine Ahnung. Du machst du das. Gauk? HAAALLO und herzlich willkommen zurück zu meinem Geister... Ähm... Ja, Hi. Bei dir hat man, glaub' ich... hat man eh, glaub' ich, nur... izzit gehört oder sowas izzit... Soll ich nochmal neue starten? Ja, weil dann kann man wahrscheinlich.... Nein, 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 alles funktioniert hier, Alter! Okay, alles gut. Wir sollten uns gehalten, wir müssen noch raus... Das ist wie superkalifragilistisch Shakespeare-allergetisch Ja, ich kann das Wort Immer noch Und ich werde es mein ganzes Leben nie verlernen Ja, du Shakespeare Ich dachte, wir gehen jetzt heim Ja, gehen wir auch Ich habe noch keinen Bock, mich wieder rauszusuchen Auch geht in die rechten Wege Ich decke dir den Rücken Yo, hier kommt kein Creeper an mir vorbei Ich habe noch eine Ja, mach weiter Warum habe ich das Gefühl, dass das eine sehr schlechte Idee war Und wir gleich ohne Eisenspitzhacke dastehen Du musst den bei Fackeln platzieren Ich habe keine Ja, dann buddel doch weiter Ja, platzier Fackeln, ich sehe nichts Danke Oh, guck mal Okay, nächste Hülle Da geht's hoch Und da Cool Irgendwie sind diese großen Räume beliebt, oder? In der anderen Hülle hatten wir auch so große Räume Ich mag die Ich mag die Die haben was Bist du Gott? Kannst du entscheiden, was für Räume auftauchen? Nein Das machen die Architekten Ich bin blind Ich bin so ziemlich blind Ich höre ein Schaf Wo bist du? Ach, Sandoron Bist du ein Dunkel? Ah, hi Los, buddel dich hoch, buddel dich hoch, buddel dich hoch, buddel dich hoch Von wo? Egal, bau dich einfach hoch Nicht da hinten Warum? Einfach hier oder so Weißt du, wir löschen wieder ganz runter gleich Hast du noch Fackeln? Ja Oh, danke Junge Ich habe nur auf gut Glück gezielt gerade Ich bin so ein Mensch, ich spiele in Moody Oh, guck mal Water Du kannst nicht schwimmen, du kannst nicht schwimmen, du kannst nicht schwimmen Warum kann ich nicht schwimmen? Weil du zu schwer bist Was? Kannst du schwimmen? Ich kann nicht schwimmen Äh, ich kann schwimmen Du kannst schwimmen, steht da rechts nichts bei dir? Nein Okay, dann lass mich hier unten verrecken Okay, tschüss Ich suche mir einen anderen Weg Weil ich nicht schwimmen kann Ich ertrinke gleich aber auch Weil ich irgendwie gerade Probleme habe, rauszukommen Ja, es wird jetzt ein Problem, Sandu Kannst du mir vielleicht eine Fackel abgeben? Ich bin jetzt woanders Weil ich einen Weg nach draußen suche Aber ich Warte, ich habe schon Mein Weg geht nur weiter nach unten Oh, das war Eisen In etwa wie mein Leben Gerne mit Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Starkes Flohmelchen Was? Nichts Oh Gott sei Dank, ich sehe endlich was Und meine Eisenspitzhacke ist fast kaputt Aber Ich habe es hingekriegt Du kannst nicht bauen, während du in der Luft bist Ich bin nicht in der Luft Ich bin im Wasser Und ich bin draußen Ich bin draußen Schaf Du bist das Schaf, das uns gerettet hat Als Dank darfst du sterben Ich höre einen Schaf Ja Mich hat niemand gerettet Ich spenke gerade die Schafe Nein, den Schaf haben wir doch herausgefunden Kennst du noch die Koordinaten Ich bin immer noch unten in der Höhle Kennst du noch die Koordinaten von zu Hause? Du, ich kann dir das trockenlegen Dann kannst du einfach da rauslassen Ja, aber soweit ich oben bin Kenne ich mich wieder aus Wie gesagt Ich kann dir das trockenlegen Das kannst du trockenlegen Hast du Steinspitzhacke? Ich habe gleich eine Eisenspitzhacke So, da wo ich mich vorhin hochgebaut habe Bau dich da mal hoch Da sollte jetzt kein Wasser mehr sein War da ein See oder was? Ja Ich habe ihn trocken gelegt Den ganzen See? Nein, nur den Teil, den du brauchst War das ein Meer? Nee, kann gar nicht sein Ich probiere es aus Warte, YOLO Es sollte hier kein Wasser mehr sein Aber warum bist du zu schwer und ich nicht? Weil ich zu viel dabei habe wahrscheinlich Ach, das hängt vom Inventar ab Ich dachte von der Rüstung Ja Weil mein Inventar ist fast leer Schön für dich Danke Freut mich Ich bin halt cool Licht Licht Junge, Licht Ah, ich sehe es Wenn ich mich ducke Gewicht 16,2 von 18 Und dann steht dabei Du wirst nicht ertrinken Das ist doch eine schöne Nachricht Gauke Gauke Was? 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 Wie? Wo? Was? Wie? Hä? Woher? Wo ist das Loch? Der hat mir gesucht Ich bin verwirrt Kriege ich was zu essen? Gauke Ich habe nichts Obwohl ich habe rohes Fleisch Ich habe auch nichts Ah, das sind Schafe Die können wir töten Ja, von denen habe ich auch vorhin das Rohrfleisch Eigentlich müssten wir die zähmen Schau dir lieber mit mir den Sonnenaufgang an Das war vielleicht keine gute Idee Okay doch Oder auch nicht Wir haben keine Zeit dafür, Sonderron Wir müssen die Welt retten Ich habe mir ein Bein gebrochen Lass mich nicht zurück, Gauke Vor dem Endertrache erwache Ich kann eine Spinne hinter mir rumkrabbeln American Endertrache Aber juckt mich nicht Tschüss Ja, die Spinne beglückt dich gleich Was? Ich rette dich vor, Spinni Ich habe ein halbes Herz geopfert für dich Nur für dich, Gauke Danke Ich habe nur noch eineinhalb Was? Sonderron Was? Lauf einfach weiter Lauf weiter Ich dachte, du hast auch wenig Herzen Oder hast du mich vorhin angelogen? Ich habe halt Rotten Zombiefleisch gegessen Oh Oh Aber es braucht es eh nicht mehr Wir sind gleich da Stanley Lasson Monster Dann wird das vielleicht kritisch Vielleicht noch ein bisschen warten Dann ist unser Feld dann fertig Was isst du? Ich habe mir rohes Fleisch gegönnt Weil ich sonst nicht sprinten kann Na und? Du musst nicht sprinten können Die Tatsache, dass ich eineinhalb Herzen habe Und Nein, das macht es nicht besser Gauke Nein Nein Das ist eine Enttäuschung Wie? Und jetzt guck mal in die Kiste rein Ach, hier in der Truhe Du hast im Ofen gesagt Hab ich? Baa Au Aber Hauptsache Der snackt sich alles weg Ich habe kaum noch Leben Aber der snackt sich dann Das ganze Essen weg Du bist so ein Ekelgang Ja, ich hab da was hingepackt Da brutzelt doch was, Mann Du hast nur für ein Problem Junge Alles 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 Junge Alles Junge Äh, wir sollten vielleicht mal das Eisen brutzeln Das wäre eine Idee, wenn ich so überlege, dass ich 53 Eisen habe Äh, pack das in den rechten gleich rein und in den ganz hinten Nicht da rein Okay, dann doch Ich hab das mal halbiert Gauke verzweifelt So, ähm Ja Und jetzt leben wir unser schönes Leben auf dem Land oder Richtig, richtig Richtig Sandoran Okay, super Bravo Das heißt, wir kriegen zwei Kinder Beide behindert Nein Weil Incest ist Winchest Auch wenn wir nicht verwandt sind Nur du kriegst ein Kind Nur ich krieg ein Kind Ich bin Spongebob in der Familie Was? Frag nicht Du hast nicht die Seite des Internets gesehen, die ich gesehen habe Are you sure? I'm pretty sure I, I think, I think note, note What are you thinking about? Noting Haha, kennst du die Stadt? Äh, äh Nothing can Es wurde sich nebenbei gewundert In einem meiner Parts Dass ich immer noch Minecraft Leben in der Serverliste habe Ich, oh, oh Hier hab ich, glaub ich, auch noch gehabt Leute Obwohl, nee, ich glaub nur noch Winterleben Schande Minecraft Leben, Leute Ist das Leben Das könnt ihr doch nicht einfach aus eurer Liste schmeißen Doch Kann man ja genau so machen Ich werd mir die Serverliste ausdrucken Und mit in mein Grab nehmen Was? Oder am besten noch so ein Laptop Der die ganze Zeit versucht mit dem Server zu connecten Hä? Das ist so im Hintergrund, so ganz leise Ja So kauernd Und meine letzten Worte werden sein Hätte Minecraft Leben nur doch wieder stattgefunden Nur doch Ich bin ja immer noch stolz auf mich, dass ich derjenige mit den meisten Parts bin Ich bin der, der die Leiche am längsten geschändet hat Im Endeffekt ist es so Ja, wow Und du bist der, der die TS-Leiche immer noch schändet Hä, die TS gibt's doch gar nicht mehr Echt nicht? Nö Weil, keine Ahnung Auf den TS kam eh jeder drauf Und jeder konnte dir einfach den Rang wegnehmen Echt? Ja Dann konntest du nachher eh nirgendwo mehr rein So, weil irgendein Random da reinkam Und so, ja, jetzt gehen Rang, wir sind ein Opfer Ähm Interessant Sehr interessant Du, ich habe ne Idee, was ich jetzt erstmal mache Ich gehe Bäume pflücken Pflücken? Ja, ich pflücke deren Holz Ich gehe Bäume pflücken Pflückst du nicht auch immer alles mit der Axt? Ich gehe Bäume pflücken Ich gehe auch immer auf so ein Blumenfeld Mit so einer riesigen Wikinger-Axt Und schneide einmal drüber Nein, Junge Und wenn ich ein Blumenmädchen mit erwische Sind es Bonuspunkte Nein, Junge Junge, nein Das sind so die typischen Wörter Die ich immer höre Wenn Leute mit mir reden Ich weiß nicht warum Junge? Nein Ja, nein Wirklich Immer wenn ich mit Menschen rede Warum nicht Junge Kratos? Hm? Warum nicht Junge Kratos? Boi Boi Boi, what are you doing? Slaven Kratos Boi, gib das Wodka her Nee Hast du auch den Adidas Sachen? Boi Nee, 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 nee Nee, Boi Kann ich nicht Boi kann ich nur da Da, da, da Geht das eigentlich? Kann ich theoretisch? Ich will das mal kurz wissen Boi kann ich nur da Da, da, da Wenn ich das jetzt hier reinsetze Da, 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 da Es verschwindet Okay Sanderon? Nee, egal Verdammt, ich muss schnell zurück Ja, ich muss zurück Es wird Zeit zurückzugehen, Sanderon Ich bin aber schon zu Hause Ich fälle Boi Santhoron, Alter Santhoron Wenn ich mal wieder einsam bin Nein, ich hab mal Nein, ich hab mal Nein, ich spare mich nur für dich auf Es? Nichts Wie? Alles gut Du hast nichts gehört Das war nur der Wind Alles klar Ich versteh schon Der Wind, der Wind, das himmlische Kind Santhoron Nee, aus dem Santhoron bin ich schon lange raus Du, ich bin eine Reihen Prokrastination Was? Prokrastination Soron? Wir haben Gau kaputt gemacht Gau funktioniert nicht mehr Nur das Wasser funktioniert ja gerade nicht Also mein Wasser funktioniert immer Wenn du Hilfe beim Wasserlassen brauchst Sag mir Bescheid, ich halte Oh Mann, warum geht das nicht? Komm schon, irgendwie muss das doch gehen Ich finde es so schön, wie Gau mittlerweile all meine Sprüche ignoriert Er ist mittlerweile auf diesem Level angelangt Ja Die meisten Menschen brauchen dafür mehrere Wochen. Mehrere Wochen intensiver Gespräche mit mir und dann erst von mir. Warum geht das nicht? Mann! Oder sie werden verrückt. Ich habe manchmal das Gefühl, Gauk, wenn ich mit ihr rede, dass ich mit mir selber rede. Ich weiß nicht, woanders liegt. Und ich finde es einfach nur so super, wie immer, wenn ich nach links zum Discord gucke, wo gerade ich mit Gauk telefoniere, mich Thomas die Lokomotive anschaut. Willst du wissen, ob das Thomas ist? Ich erkenne doch Thomas' süße, kleine, kugelige Nase. Dann, Doron, ich habe ein Problem. Ich weiß, aber sag mir was Neues. Nein, ich habe hier echt ein Problem. Okay. Beinhaltet das Vaseline und ein Strick? Nein, 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 hör mal her. Hier. Also, das ist die langweilige Art von Problemen. Ich habe es geschafft, glaube ich. Ne, man kann hier keine, ähm... Ja! Ja, nee. Nee. Nein! Alles okay mit dir, Gauk? Ne, man kann ja keine unendlichen Quellen machen. Also, hier ist jetzt unendlich, aber... Ich kriege die Strömung hier nicht weg. Was denn? Nichts! Ich lache dich nur aus. Ich gehe weiter, Bäume stellen. Ja, ich habe sie gekriegt. Nee, weil du kannst keine unendlichen Wasserquellen hier bei dem Mod, äh, bei der Plugin machen. Aber nur mit sehr viel Anstrengung. Dann hast du gesagt, du hast es gerade verbuggt. Nein. Ich habe nur... Die Schwäche von Minecraft ausgeklatzt. Das war sehr schwach von dir, Gauk. Andere Leute Schwächen auszunutzen. Nein. Doch. Sag doch sowas nicht. Das müsste man mal bringen. So ein Together-Let's-Play, wo die zwei Let's-Player einfach nur die ganze Zeit sind. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das gibt Klicks. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ach komm, Gauk, doch. Nein. Doch. Nein. Wenn ich sage doch, dann doch. Nein. Doch. Nein, doch. Ja, wenn doch... Das ist was anderes. Ein doch ist was anderes. Wenn doch nicht mehr reicht, stecke ich ein doch in dich rein. Und dann zieh ich ihn an. Und dann bist du meine Gauk-Rakete. Was? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Was für eine Rakete? Eine Gauk-Rakete. Meine persönliche. Eine Gauk-Rakete? Ja. Die macht... GAUK! Ich glaube, Gauk will nicht mehr mit mir reden. Ja. Ich verstehe schon, was... Ja, ja. Morgen taucht auf dem Kanal ein Video auf. Suche neuen Displaypartner. Ja. Der Alte ist verschollen. Woher weißt du das? Ich kann ihn in Zukunft sehen. Und ich seh dich neben mir. Ist das ein Schlagerlied? Nein, das ist ein Lied aus Dragon Ball. Aus dem Dragon Ball Z-South-Track. Oder bist du? Zeig ja, Schlagerlied. Ja, zum Schlagen. Von Aliens. Das ist ja irgendwie... Ich kann ihn in Zukunft sehen. Für einen Augenblick. Und ich seh dich neben mir. Ja, irgendwie ging es so. Schlagerlied. Dragon Ball Z-Volume 2. Schlagerlied Z. Schlagerlied Z. Die neue Musikrichtung. Gauk, komm ins Bettchen. Ich will ein bisschen mehr die Bube machen. Gauk, wo bist du? Nein. Gauk, ich bin mal wieder aus dem Bett gefallen. Jetzt ist alles ganz feucht. Was? Ja, wenn die Matratte nicht mal da ist zum Auffangen, dann pinkele ich nur mal auf den Boden. Hi. Gauk? Ähm. Achso. Du hast mich gerade aufgeweckt, indem du dein Bett abgebaut hast. Nein. Ich habe geschlafen. Äh. Au! Ich habe es abgebaut und habe es dann mal anders hingesetzt. Ah. Au. Ah. Uh. Ich will doch nicht da hin. Aber Gauk. Ist viel Zeit. Nein, wird es nicht. Doch, wird es. Nein. Doch. Nein. Ich muss langsam meine Tabletten nehmen, das merkst du doch. Ja. Das merke ich. Also. Du Bauern-Trampe-Din. Du Bauern-Suchfrau, Mann. Du Bauern-Sohn. Die neue Beleidigung. Ey, du Bauern-Sohn. Dein Vater hat ein stabiles Unternehmen und verdient 3000 Euro netto im Monat. Yo. Warte, was? Yo. Ich sollte anfangen zu rappen. Und dann nenne ich mich Lil Fresh Max Sundy. Max Sundy. Das ist so die ultimative Kombo. Einmal ein Lil Den, weil das ist so 2018er Mumble-Rapper-Style. Fresh, um den 80er-Flair zu untermalen. Und Mac, weil ich McDonald's mag. Hm. Ich kämpfe gegen die Strömungen. Ich schwimme immer gegen den Strom. Das ist mein neues Hobby. Frag übrigens nicht, was das wird. Tue ich nicht, aber ich schwimme gegen den Strom. Ich bin ein normaler Twitter-User. Hä? Twitter-User sind immer gegen alles, was normal ist. Anders gesagt, ein normaler Twitter-User ist gegen den Strom. Okay, das ist trotzdem nur eine entliche Quelle. Ich weiß, was du hier machst. Das ist ein neues Jump'n'Run für mich, nicht wahr? Das kann sogar ich mal schaffen. Nein. Oder auch nicht. Du, Georg. Aber die Folge ist schon 20 Minuten lang. In der Tat. Ja, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass es schon Zeit ist. Das ist gut. Tschüss, ich kauf's eh. Ich kauf's eh. Ich kauf's eh. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Wer hat an der Uhr gedreht? In das blauere Haus. Wir laden uns auf Spudeln an. Ich kauf's eh. E. A. 8. 8.